Neues Video! Neues Video! Neues Video! Neues Video! Neues Video! Hallo Leute! Ich bin die Lena und ich bin Berlina und zusammen sind wir die Jo and Twins! Willkommen zurück auf unseren Kanal und zu einem neuen Video von uns. Und zwar haben wir heute wieder eine Challenge für euch, die... Diesmal nichts mit meinem Gesicht zu tun hat. Und auch nicht mit meinem zum Glück, sondern wir machen die... Gurgel-Challenge! Dazu haben wir so ganz süße Becher uns geholt. Disney-Challenge! Nein, es ist keine Disney-Challenge. Gurgel-Challenge? Wie falsch! Tschüss! Und werden uns gleich jeweils vier Lieder vorgurgeln, die der andere zwar so kennt, hoffentlich, aber noch keine Ahnung davon hat, welche Lieder es überhaupt sind. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns in die Kommentare, was ihr vermutet hättet, was es für Lieder sind und dann sehen wir, ob ihr jetzt besser abgeschnitten hättet als wir. Und wie gut oder wie schlecht wir uns gemacht haben. Genau. So, okay, Lena, wer ist denn dann? Schnick, schnick, schnick. Okay, wer gewinnt, gewinnt. Wer gewinnt. Dreimal, ne? Ja. Ne, wie? Dreimal. Ach so, wer gewinnt, gewinnt. Arbeitsplatz, weg los. Schnick, 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 schnick. Schnick, schnick, schnick. Schnick, schnick, schnick. Schnick, schnick. Na! Ha! Los geht's. Das Video hat Elena stirbt. Was? Ich hab keine Ahnung. Noch einmal, komm, einmal noch. Eine gute Dinge sind drei. Ich versteh nur. Ha! 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 They're good. Ah! Ha! 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 Oh, ich weiß es nicht. ForstMacBeенBaseX. Ich weiß es nicht, sag. Ich hab keine Ahnung. Barbie-Girl. Hä? I'm a Barbie-Girl. Ha 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 ! Oh Gott, ja okay, das habe ich nicht erkannt. Der Punkt geht ein Lötchen. Ja, der Punkt geht leider in Illy. Okay, so schlecht war ich nicht. Oh Gott, ja okay. Oh Gott, ja okay. Oh, das habe ich aber gar nicht gehört. Was? Ich mache das nochmal vor Belauf. Ich habe es überhaupt nicht gehört. Punkt an mich! I was made for loving you baby, you were made for loving me. Okay, der Punkt geht dann. Backstreet's Backstreet's Backstreet's... Backstreet's Backstreet's... Oh yeah! Ich weiß nicht. Backstreet's Backstreet's Backstreet's... Oh, aber wie heißt das denn? Everybody ist... Ich weiß nicht. Ja gut! Ja gut! du wirst 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 du Das ist so geil. Ich suche mal an. So, äh, ich auch nicht. Text nicht. Okay, Satellite, ne? Ja. Wie viel steht's? 3 zu... 2 zu 1. Echt? Wie kann ich. Last round, Elena, letzte Runde. Das wird ganz schwer werden. Ja, und das muss jetzt, du musst jetzt alles nochmal raushauen, weil, ey, das ist Stichwahl jetzt, ne? Wer jetzt gewinnt, gewinnt. Oh, du musst jetzt erraten, ne? Eine Chance hast du noch, okay? Und du hast verloren. Was ist hier denn dann? Denkt euch eine Strafe für Elena aus und schreibt sie in die Kommentare. Aber noch hast du nicht verloren, halt mal. Oh, so, hello from the other side. Von Adele! Adele, äh, hello. Who's this? Nein, das ist, oh, hello. Can't you hear me? Das ist aber richtig, oder? Echt? Ja, du weißt doch, was das für ein Lied ist. Hello, it's me. It's me. Nicht hello, it's me. Can't you hear me, genau. Ja. Oh, da müssen wir jetzt machen. Oh, Mann, Stichwahl. Oh, jetzt muss ich hier dann noch schnell eins ausdenken. Aber wie schon gesagt, schreibt die Bestrafung, die der andere bekommen soll, ruhig in die Kommentare, damit wir so ein paar Ideen haben. Ja, Elena, was cool ist. Oh, das ist ja nochmal. Oh, das ist ja nochmal. Das panzt... Ich weile mich... Scheiß...warte Thriller! Herzlichen Blatt! Thriller Oh 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 So, jetzt musst du dich anstrengen, jetzt musst du dich anstrengen. Nochmal? Das sind die Gummibären. Das sind die Gummibären. Ich hab gewonnen! So, das war's. Ich hab gewonnen. Ganz knapp. Es war wirklich ganz knapp. Das letzte Lied war auch einfach. Ich geb's ja zu. Ja, schon. Denkt euch nichts Schlechtes für mich aus. Ich bin ein ganz liebes Mieter. Wenn ihr Ideen für irgendeine Strafe habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Sonst werden wir ein bisschen kreativ sein. Und mal gucken, wie wir die liebe Ideen in einem der nächsten Videos strafen können. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir würden uns freuen. Abonniert uns gerne kostenlos für noch mehr Videos mit uns. Und dann sagen wir mal... Bye, bye! Bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video von uns. Den Joann Twins. Ciao! Ciao!